Herzlich Willkommen in Breitungen an der Werra. Ich bin Friederike von Wibre und seit 1. April 2023 hier Pfarrerin. Etwas flussaufwärts habe ich mein Vikariat gemacht in Kreuzburg und von meiner Landeskirche wünsche ich mir, dass sie dazu da ist, Menschen in Kontakt mit Gott zu bringen und dass Menschen Beziehungen mit Gott leben können.